Das Messer. Wo ist das Messer? Ich habe es da gelesen. Es berät mich. Näher. Noch näher. Was ist das für ein Platz? Was würde ich? Es würde sich das stich. Da in der Nähe. Marie. Marie. Steht. Alles steht. Was bist du so gleich, Marie? Was hast du einen erotischen Mund im Hals? Bei wem hast du das Halsband verdient mit deinen Zünden? Du warst schwarz davon. Schwarz. Habe ich nicht gebleibt? Was hängen deine Haare so wenig? Hast du deine Zürcherhörer nicht geflochten? Das Messer. Das Messer. Habe ich es? So. So. Da hinunter. Es taucht in das dunkle Wasser wie ein Stein. Nein. Es liegt zwei Frauen, wenn sie sich warten. So. Jetzt. Aber im Sommer, wenn sie tauchen nach Muscheln. Es wird ostlich. Wer kann es erkennen? Hätte ich es zerbrochen? Bin ich noch blutig? Ich muss mich waschen. Da ein Glück. Und da noch einen.